Hallo, mein Name ist João Pint. Ich bin der Trainer des Swiss Futsal nationales Team. Wisst ihr, dass mehr als 30 Millionen Menschen in der Welt spielen? Lass uns zeigen, warum. Futsal hört die Technik. Man sieht viele Dribblings. Es gibt eine große Intensität und viele Bewegungen. Es gibt viele Butte. Und viele Emotionen. Auf die Welt sind das zu wählen! Kursen. 감사합니다!